meine secret sensoren sind gerade angesprungen hallo zusammen herzlich willkommen bei eurem stefan fuchs heute habe ich das ganz besonderes mit euch vor nämlich hast ihr doch mal post bekommen wir uns heute mal angucken was in diesem besonderen päckchen drin ist los geht's so leute da haben wir das gute stück ich bin schon gespannt wie ich das aufmachen muss höchstwahrscheinlich hier ich will es natürlich vorsichtig aufmachen weil ich schon eine kleine ahnung habe was drin ist und das wollen wir natürlich nicht kaputt machen das ist schwierig aufzumachen wenn es nicht aufgeht muss ich halt kreativ werden mir ziemlich sicher dass man das päckchen nicht so aufmachen sollte aber zumindest ist es offen gucken wir mal was ich hier drinnen verbirgt dankeschön karte ort werden nicht nötig gewesen ich freue mich ja selber auf das päckchen und hier haben wir das gute stück eine magical box edition ich werde die kamera umpacken und dann gucken uns das ganze noch mal ein bisschen genauer an aber vorher will ich euch natürlich noch zeigen was sich in dieser magical box verbirgt ich bin gespannt wie ein flitzebogen ganz ehrlich das ist mein allererste meine aller aller allererste collector's edition von einem spiel die ich jemals in meinem leben habe gucken uns das gleich noch mal an wenn die kamera wieder oben ist dann sieht man es hoffentlich auch ein bisschen besser und hier unten auch noch das game nice was denn da ist ja noch was drinne mensch handeln tale of shadows das müssen wir uns aber dann mal ordentlich schönen groß angucken das muss ich unbedingt in groß angucken so jetzt war es aber jetzt ist nichts mehr in der magical box drinne und hier bin ich wieder euer platin spieler wunderschön richtig gut gemacht und vor allem so groß jetzt sind wir hier zum vergleich neben meinen kopf halten es ist halb so groß wie in meinem kopf es ist echt ordentlich groß das kommt bei mir auf jeden fall auf einen ehrenplatz direkt hier hin ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt ob es jemandem im stream oder amt auffällt das video wird wahrscheinlich nach dem stream rauskommen und von daher bin ich gespannt ob es jemandem auffällt dass sich hier im hintergrund eine neue figur befindet ich finde es einfach mega mäßig toll game was dazu gehört tandem a tale of shadows dazu wird es demnächst auf dem kanal natürlich auch wieder content geben sehr sehr heißes spiel haben wir uns einmal im stream angeschaut und es hat einfach mega mäßig spaß gemacht da war es auf dem pc jetzt ist es ganz frisch für nintendo switch rausgekommen auf jeden fall eine absolute empfehlung von mir jeder der nintendo switch hat der wird dieses spiel einfach nur lieben also es ist wunderschön gemacht einfach so und hier können wir uns noch mal schön zusammen das buch angucken sehr nahes gemacht der tale of ages vom viktorianischen zeitalter in england inspiriert die grafik auf jedenfalls super nice gemacht richtig schön ich werde euch jetzt nicht jede einzelne seite zeigen damit ihr auch noch einen kleinen überraschungsfaktor habt wenn ihr euch das spiel gönnt und wenn ihr euch die collectors edition holt da ist aber ganz ganz wichtig die collectors edition kriegt ihr nicht irgendwo random im handel die kriegt ihr nur auf dem link den ihr hier unten in der video beschreibung findet sonst nirgendwo nur bei fanstock also auch cool ich hab das tortenlevel geliebt aber sowas von leute das war echt ein schönes level das ganze level design von dem torten war richtig richtig cool gemacht meine secret sensoren sind gerade angesprungen wir haben im stream das game zusammen gespielt wer ist das hier wer ist das der männliche charakter da genauso hier die szenen ist mehr drin als im spiel an lore und allem kommt da noch ein zweiter teil raus kann das sein ich bin ich muss das spiel unbedingt auch auf der switch jetzt mal durchspielen und gucken ob wir hier noch mehr einfach im spiel erfahren als es auf der pc version einfach zu entdecken gab weil das ist wo die story so dermaßen der geliebt und schön nochmals tortenlevel tortenlevel einfach toll einfach mega klasses tortenlevel es wäre so nice wenn wenn es da noch einen zweiten teil von geben wird daher bin ich extrem gespannt also mir hat ganz ehrlich die magic box extrem gefallen ich muss sagen klar ich bin noch mal extra beeindruckt und auch mal extra begeistert einfach deswegen weil es meine aller 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 erste collectors edition ist die ich jemals von irgendeinem spiel habe und von daher ist das was ganz besonderes ich weiß nicht wie es euch geht aber die collectors edition ist noch mal was ganz anderes als einfach nur das spiel zumindest geht es mir so und bin gespannt wie das spiel euch gefällt demnächst wird es dazu definitiv videos hier auf meinem kanal geben und ich bin gespannt ob wir da vielleicht noch das ein oder anderes secret entdecken können was uns auf der pc version vorenthalten geblieben ist oder was wir vielleicht auch gar nicht gefunden haben ist aber trotzdem gegeben hätte in dem sinne wünsche ich euch allen jetzt noch ganz viel spaß weiterhin beim zocken wenn ihr die collectors edition mit dieser mega nicen figur hier ist wirklich gut gearbeitet also fühlt sich robust und solide an ist auch ist auch nicht so sag ich mir mal hier wenn ihr hier mal guckt ist sogar von innen angemalt hier und man sieht sogar die strümpfe und alles ist es nicht einfach nur von außen bemalt sondern es ist wirklich stimmt jedes einzelne detail nicht einfach hin und weg sorry bevor ich noch weiterhin und weg bin jetzt aber wirklich viel spaß beim zocken weiterhin leute wir sehen uns dann im nächsten video oder in einem der nächsten streets aber